Es ist 3 Uhr. Zeit aufzustehen. Steht auf. Romeo, Skye, Peppa, aufwachen. Na los. Ich bin auch müde. Aufstehen. Ich bin ja schon wach. Ja, ich bin auch wach. Wartet auf mich. Spiderman, Polly, ihr habt jetzt lang genug geschlafen. Ja, ich bin wach. Ich bin wach. Oh Mann, hab ich gut geschlafen. Ich glaube, alle sind wach. Lass uns zusammen zählen. Eins, zwei, drei, vier. Hm, da fehlt doch einer. Juhu, das ist cool. Ja, haha. Oh, da ist der fünfte. Na los, geht euch waschen. Keine Sorge, mir geht's gut. Mir geht's gut. Oh ja, ich will runterrutschen. Juhu. Hey, Jungs, wartet auf mich. Oha. Jetzt komm ich. Juhu. Ich will nicht schwimmen. Ich will nur kurz mein Gesicht waschen. Das reicht. Ja, und das, und das. Haha, haha. Valeria, was spielen wir heute? Ich habe eine tolle Überraschung für euch. Aber erst müsst ihr alle raus. Ich muss euch abtrocknen. So, Romeo, du als erstes. Sky, dein Gesicht auch noch. So. Spider-Man. Oh, brr. Ah, das hat gut getan. Du auch, Peppa. Jetzt seid ihr alle trocken. Was ist nun die Überraschung? Hm, die Überraschung ist woanders. Kommt alle mit. Boah, jetzt bin ich aber neugierig. Heute spielen wir mit der Supermarktkasse. Oh, so viele Sachen hier. Oh. Oh, was ist das? Schaut mal, wir haben hier gelbe, weiße, grüne und rote Knete. Zuerst müssen wir die Lebensmittel zubereiten und danach bauen wir die Kasse auf. Oh, ich liebe Bananen. Ich bereite Bananen zu. Prima, Spider-Man. Bananen sind gelb. Du brauchst die gelbe Knete. Aha, ich liebe Knete. Ich helfe dir, Spider-Man. Zuerst müssen wir die Knete ausrollen. Ah, hier. Gut gemacht. Unsere Banane ist fertig. Oh, ich möchte die Erdbeere machen. Hm, dafür brauche ich rot und grün. Oh, das hast du super gemacht, Sky. Oh, und ich möchte Milch machen. Dafür brauche ich die weiße Knete. Genau, Pepper. Ich helfe dir. Jetzt ist die Milch fertig. Und die Milch kommt hierhin. Ich möchte den Apfel machen. Dafür brauche ich die grüne Knete hier. Super gemacht, Romeo. Der Apfel ist fertig. Hm, ich glaube, wir haben genug Lebensmittel. Jetzt können wir die Kasse zusammenbauen. Jetzt brauchen wir dieses Teil. Äh, was ist das hier? Das ist der Strichkordleser. Der kommt hierhin. Schaut mal, ich habe hier den Einkaufskorb. Der kommt hierhin. Und die Tüte kommt hierhin. Um die Lebensmittel bezahlen zu können, brauchen wir Geld. Wer hilft mir, Geld zu machen? Hier ist unser erster Geldschein. Und für unsere Münzen brauchen wir gelbe Knete. Brauchen wir auch noch eine Kreditkarte? Ja, wir können noch gerne eine Karte machen. So, wir sind fertig. Ihr könnt so lange weiterspielen und ich bereite so lange das Essen zu. Hm, worauf habe ich Hunger? Oh, ich glaube, ich will ein paar Würstchen. Ich möchte auch noch Obst haben. Apfel, Erdbeere und Banane. Oh, ich liebe Fisch. Darf ich den Fisch haben? Unser Einkaufswagen ist voll. Ich glaube, wir gehen zur Kasse. Noch die Banane. Noch ein Würstchen. Ich habe das Geld. Oh, wir haben ja viel eingekauft. Na los, lass uns das zu Valeria bringen. Ja, und ich habe auch schon Hunger. Heute bereiten wir leckere Hamburger zu. Zuerst machen wir unser Fleisch. Jetzt brauchen wir Brot. Dafür nehmen wir diese Farbe. Unser Brot ist auch fertig. Unser Salatblatt ist auch fertig. Jetzt fehlt noch unsere Tomate. Zuerst kommt das Brot. Dann das Fleisch. Salatblatt. Tomate. Und fertig. Ich glaube, zusätzlich mache ich noch ein paar Würstchen. Oh, dazu passen jetzt noch ein paar leckere Pommes. Dann nehmen wir unsere gelbe Knete. Mh, das riecht ja lecker. Ja, oh, Pommes, Würstchen und Burger. Oh, lecker. Mh, das schmeckt ja lecker. Mh, lecker. Oh, der Burger ist lecker. Guten Appetit euch. Spider-Man, es ist Zeit nach Hause zu kommen. Spider-Man, dein Papa ist da. Papa, Papa, ja, ich komme. Danke, Valeria. Tschüss. Oh, ich muss auch nach Hause. Danke für das Essen. Tschüss. Warte, Sky, ich komme mit dir. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.